Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Project X, wieder mit Zombie und ich hoffe, wir kommen jetzt ein bisschen weiter heute. Ja, wir waren schon mal 8 Runden. Das letzte Mal, als wir selber privat gespielt haben, sind wir nur bei 2 zu 2 gekommen. Na gut, aber da hatten wir auch schon ein paar... Da hatten wir auch keinen Ton. Du hast keinen Ton. Und du immer, hallo, hallo. Obwohl ich ganz ehrlich bin, jetzt ist mir das auch ohne Ton Liebe. Wieso? Na, dich hören ja, aber den Ingame-Ton, da kann ich drauf verzichten. Das ist das Wichtigste. Das ist das Zeichen. Ihr seid verflucht. Ihr müsst eure Hände auf den Stein legen. Akzeptiert eure Schmerzen. Die Zeit wartet auf niemanden. Bist du heute nicht? Ich habe keine Ahnung. Hoppala. Was ist denn mit deinem Gesicht? Vollständige Metamorphose. Unerklärlich. Hallo. Siehst du mich? Ja. Ich will dich fressen. Danke. Das coole bei den Call of Duty Black Ops Maps... Äh, ist ein Zombie-Mod. Man kann so viel Zeug machen. Das ist so geil. Aber ich weiß leider nicht mehr, was das alles ist. Schade. Ich sage es nur mir an, aber das erscheint mir wirklich unangemessen. Ich halte drei Minuten lang. Wenn es mich stark macht, dann kau ich es eben. Was hast du für einen Kaugummi? Graziöse Waffen. Wird hier irgendwo angezeigt, wo die Kiste ist? Nee, hier noch nicht. Danke, dass du bei meinem Trick mitgemacht hast. Ich glaube, der hat sich ergeben. Was sind denn alle? Das ist wirklich mein alter Chef. Alter Schwede. Ja, Indy. Ist klar. Hä? Ist klar, Indy. Fumigator. Also mit der MP kann ich besser als mit der... Die Welt, wie ihr sie kennt, existiert noch. Nicht? Jo, ich habe mal jetzt. Offensichtlich. Eins Stück zum Aktivieren, zehn Sekunden lang ignorieren von Zombies. Das ist cool. Nee, nee, nee. Hey, hey, du da draußen. Wer auch immer gerade zu uns gesprochen hat, kannst, kannst du uns wenigstens verraten, was zur Hölle hier los ist? Oh, oh. Scheine! Ich wollte gerade nicht mal verpassen. Ich brauche mal kurz ein. Ich brauche Munition. Nur indem man die Bestie ruft, kann man die Dinge finden, die man braucht. Man muss das Unentdeckte entdecken. Wenigstens weiß ich, was mir bevorsteht. Ihr habt Blut an den Händen. Es kann nicht abgewaschen werden. Euer Sünden haben... Ich halte jetzt mal meine Kaugummi, die ich jetzt habe. Ich weiß gar nicht, ob der ausgewechselt wird. Was sollen wir tun? Nur ein weiteres Opfer wird ihre... Oh, shit. Nice. Ich habe eine Mini-MP. Ich habe die Ozi. Hier sind Kräfte am Berg, die nicht einmal ich verstehe. Wann kamen nochmal die Fliegedinge? Jetzt gleich. Hab fünf, ne? Ja. Nicht schießen beim Instant-Kill. Munition sparen. Okay. Was nenne ich Magie? Ich liebe die Brüche. Äh, kaufst du auf? Was soll ich sagen? Ich ziehe jeden Scheiß durch. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon viel schneller. Ja. Weil wir langsam eingespielt sind und nicht mehr der Steuerung wieder klarkommen. Also im Notfall kann ich von Zombies ignoriert werden, ne? Das ist gut. Oh yeah. Endlich etwas Pause für meine Füße. Hast du Ohr auf? Hä? Ich habe doch immer noch Insta-Kill. Die Insta-Kill ist schon vorbei. Patrouillierst du unten? Ne, ich bin unten. Ja. Super Runde 6. Dann müssten die jetzt eigentlich gleich kommen, ne? Ja. Na gut, die waren ja nicht so schlimm. Bis auf den Fett, die. Oh. Zwei habe ich. Kekse sind hier oben. Komm her, hier. Oh, diese Viecher legen mich auf, ey. Au. Liegst du? Nee. Nein. Oh fuck. Ich habe nur keine Munition. Und lange dauern kann es auch nicht mehr. Schon vorbei. Ich brauche Munition. Hey, ist das hier dein Werk? Ist alle deine Zaubersprüche nach hinten losgegangen? Ich bin ein Illusionist. Ein Meister der Theatralik und Irreführung. Aber das hier ist etwas anderes. So, woher mal. Ich weiß nicht, abhauen mit dem Zug oder so? Hm, sofort. Warte kurz. Passt du noch kurz oben auf? Da sind sie zweifelsfrei in Sekundenschnelle durch. Das gerät außer Kontrolle. Äh, Keks? Der kam nur oben. Fuck. Äh. Okay. Denken. Überlegen. Wir müssen vorher abbauen. Ey, Keks. Wir haben die gleichen Abschüsse. Oh. Und ein K.O. Hey. Wir sind schlecht. Haben wir ein arg Auffreuer gesagt? Und was sind wir jetzt? Immer noch schlecht. Semi-Profis, okay? Wir einigen uns auch schlecht. Noobs. Nein. Noobs können gar nichts. Ja. Wir schaffen es wenigstens bisschen. Was machen eigentlich Waffen-Kids? Ich glaube, die kann ich nur anpassen, ne? Die das aussehen. Sturmgewehr. Ja. Ja. Aber Lackierung bringt, glaube ich, in diesem Spiel auch ein bisschen was. Ah. Und wenn du sie anpassen tust und sie kaufst, haben sie die Aufwertungen. Jetzt verstehe ich's. Hm. Nee. Nee. Stimmt, wir müssen den PSN kaufen. Aber andersrum, da bezahle ich einmal für ein Jahr. Das würde auch gehen. Wenn sich das denn lohnt. Hm. Ich bin schlecht im Dings PSN. Nee, das kann ich. Ich denke dann, das übt man. Ihr tragt das Zeichen. Ich hab's jahrlang gemacht und ich kann's heute immer noch nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Hm. Stirb, bitch. Okay. Wow, ist jetzt das Glücksgesplatter? Nee. Ich bin dabei gewesen. Wie öffnet man nochmal diese Dinger? Brauchst du irgendwie ein Brechheizen oder sowas? Nee, ähm. Man konnte Gegenstände sammeln. Ihr müsst eure Hände auf den Stein legen. Und dann irgendwie mit dem Fluch gegen die Dinger öffnen. Ich weiß nicht mehr. Ich muss mir nochmal nachlesen. Ich glaube, dass dies ein Traum ist. Du hast so schöne Hosenträger. Das wird wohl kaum halten, aber es ist immerhin etwas. Ja. Machst du die nächste Tür auf? Ähm, ja warte, ich reparier hier grad nur. Was ist das? Aktiv für 20 Minuten längere Verletzungszeiten. Ui, das ist super. Verdicht der. Verdicht der. Längere Verletzungszeit. Das ist gut. Wer auch immer gerade zu uns gesprochen hat, kannst du uns wenigstens verraten, was zur Hölle hier los ist? Nachladen. Pass auf, hinter dir. Ja, die mehr. Hättest du auch nicht zwei Sekunden vorher sagen können, ich war gerade am Nachladen. Ja, da war auch das, 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 äh, Dings da dabei. Ja. Hättest du zwei Sekunden warten müssen, dann wär ich durch gewesen. Nein, jetzt hab ich noch 90 Munitionen, das egal. Ich baller ja nur Einzelschüsse. Oh, automatisch aktivieren wir wieder Einstieg. Ach Gott. Pass auf! Äh, ja. Jo, hab ich geklärt. Du nicht! Äh, also nicht du, äh, der Typ da. Ich steh auf Headshotz. Aaaaah! Pappappappappappappappappappappappappappappappappappapp!! Oh fuck falsch, ich fasste. Genau, ich werde gleich... meine unterdrückten Aggressionen... Was?! ich wollt grad sagen, meine Unterdrückung freinen Lauf lassen! Ähm, was...? Lass die Hose zu! Der ist, glaube ich, manchmal ein bisschen erregt, ha? Ja. Ähm... Geht's dir gut? Ja. Haben wir noch Instacare? Nope. Siehst du im Rücken an dem Bildschirm oder nicht? Ah. Ich lebe eins. Oh, gib her. Komm her. Moment. Nur ein weiteres Opfer wird ihren Hunger. Glaubst du, bist das du? Toll. Schieß dir die Eier weg, Alter. Bin schlecht. Ich hab's versucht, es ging nicht. Aber ich hab aber genug Kohle. Ich konnte's irgendwie nicht. Ich stand da vor, drücken sie, halten sie X lange, hab's gemacht, nix. Aber die Kohle hatte ich. Oh nein. Oh hey, das zieht es schon da. Hallo. Ah. Ernsthaft. Ich glaube, ich muss mein Vorgehen überdecken. Ja. Was ist denn das für eine X-Rei? Okay, wir sind hier. Und dieses drei Dinger kann man fahren. Ihhh. So, ich hol mal kurz Munition. Mhm. Und dann fahren wir. Mhm. Ich versuche hier Stellung. Oh hey, sieben. Ich versuche Stellung zu halten. Probier's. Du schaffst das. Sie können ja nur aus zwei Richtungen kommen. Da fangen sie an. Ich muss mich nur kurz hier ein paar töten. Dann hab ich genug Geld für Munition. Das ist... Ich komme. Die sind aber auch was stark nachher. Nee, echt. Sie rühlen mich gefühlt einmal. Wups, liegste. Hä? Oh, letzte Runde. Okay. Neue Taktik. Wir bleiben immer zusammen. Jetzt mal angenommen. Kann man das Ding gewinnen? Na, es geht immer so weiter. Du kannst nichts gewinnen. Du kannst... ...nur verlieren. Im Prinzip. Ja, also es geht halt immer weiter mit den Leveln. Und wird dann immer schwieriger. Ja, letzte Runde. 21, 31. Wieder so spät. Mhm. Dann kann ich wieder Geldwurst spielen. Suchti! Nein. Ja, Leute. Der Keks, der ist total ersuchti. Der hat in Geldwurst über 500 Spielstunden. Das reicht gar nicht. Ich hab 836. Seine gesamte Scheiß-Drecksplatte hat er sich vollgespielt mit Geldwurst und muss das noch über Nacht wegrennen, damit wir morgen arg aufnehmen können. Ja. Es sind über 12 Stunden. Ich hab heute den ganzen Tag gespielt. Und dann nimmt man OBS auch nicht, so wie ich jetzt gerade mit Traps. Das wäre ein bisschen hart. 12 Stunden mit Traps. 12 Stunden mit Traps. 13 Stunden mit Traps. 14 Stunden mit Traps. 14 Stunden mit Traps. 14 Stunden mit Traps. 14 Stunden mit Traps. 15 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 Stunden mit Traps. dies ist die naht erinnert mich eben irgendwie an ich weiß nicht wie sieben nie gespielt keine ahnung noch nie angeguckt auf doch bei dem mit kommentiert recht zu müssen der sie ist naja cooles spiel aber was anderes was hast du schnelleres zielen das weiß ich was mir bevorsteht dafür warum jetzt 1000 da vorzuspielen die ältere scrolls 5 skyrim schlucken oder spucken du stau so scheißegal ach ja die fallen kommen wir auch noch verwenden ja ja naja ich frage nur ich komme schon ich habe gesagt wir bleiben zusammen ok ich habe wieder das offensichtlich somis ignoriert mich aber so wie du für zehn sekunden ich eins drücke das ist die kiste hier und es war 950 und dann kann ich mir eine neue waffe kaufen so gibt es hier den plasma werfen für mich ja wie so ein bisschen ein bisschen in die force wie ich fühle mich so ein bisschen wie in die force star trek ich habe star trek noch nie geguckt also die neuen folgen ich hole mal die kiste ne machst du schon das ist etwas gutes ich hatte vorher eine plasma werfen gesehen ich kann dich nicht holen komm nu hast du die kiste geholt nein wach zu oh nein bin gleich tot stamme www oh fuck Uhr Uhr Uhhh War's das? Ja fast Nachladen Hol dir die Kiste, komm Maximal der Munition Vielleicht können wir das Blatt doch noch zu unseren Nunsten wenden Ui, Sniper! Der Sniper, weg! Ich fühle, etwas manifestiert sich vor mir Was auch die Sniper Geil, oh Welche Umstände sollten denn dazu fügen Dass wir auf die Sterne folgen Schreiner Aber scheiße Was für eine hast du denn hergegeben? Die Sniper habe ich immer noch gehabt Du musst immer aufpassen was für eine du hergibst für, äh, was für eine Waffe Du verweigerst mir meinen Wunsch Oh, den Sniper gebe ich wieder her Oh Gucken wir mal was ich hab Ey, ich kann mit der Sniper nicht arbeiten Maximal der Munition Dann kauf halt eine andere Wie denn? Hab doch keine Kohle Ben, wieso hast du dann die andere Waffe hergegeben? Keine Ahnung Auch egal Dumm angestellt Ja Sieben Runden, acht waren das Maximum bisher Wir üben noch Wir üben noch Alles gut Wir brauchen wirklich Übung Na, gut Klar, danke fürs zugucken Und ich hoffe wir sehen uns dann nächsten Mal wieder zu Let's Play Project X Gucken was wir dann dann kommt Genau Wiederschauen und Dein Bot Bye, bye Bye, reingehauen